Der Superbike PM des Jahres 1996 und 2005 und der Vize-Weltmeister. Hier sind Troy Korser und Ruben Charles. Rägen Sie uns an und an, let's get ready to run! Hier geht's! Give it a big hand, give it a big applause für Ruben Charles und Troy Korser. Der eine kommt aus Spanien, der andere aus Australien, der eine ist aus Spanien. Und Troy Korser ist aus Australien. So, die erste Frage ist an Sie, Troy. Du bist zwei-malen Weltkampion und das ist eine wirkliche neue Bicke. So, warum nicht du mit dem Experience-Bicke bleibst? Warum kamst du zu BMW? Danke, Rudi. Hallo, hallo. Übrigens, sorry, just a second. Wir haben das Griffkör natürlich gerade rausgenommen, weil sie eigentlich sollten sich die beiden Jungs begleiten, dass sie über die Treppe gehen, aber trotzdem schön, dass sie hier bist. Und sie begleitet hast, auch ohne Regenschirm. Dankeschön dafür und ich finde das sehr angenehm. Normalerweise sollte sie hier auf der Stelle mit dir gehen, aber du hast den richtigen Weg in den Front. Nein, alles ist okay.